Wie haben sich Magnete im Laufe der Zeit entwickelt? Seit der ersten Entdeckung der Magnetsteine, haben sich diese von Jahrtausend zu Jahrtausend weiterentwickelt. Wir erklären Ihnen nun kurz die unterschiedlichen Magnetsteine, die im Laufe der Zeit entdeckt und weiterentwickelt wurden. Zahlreiche Steine gehören der seltenen Erdenmagnete an und fassen somit eine Gruppe der Permanentmagnete zusammen. Hierzu gehören zum Beispiel die Magnetsteine Schumerium, Kobalt und Neodym.